Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Tomodachi Live. Ja, wir sind... Ja, haben ja schon das eine oder andere gesehen und ich würde sagen, bevor wir da anfangen, gibt es irgendwas Besonderes? Oh, es gibt da so ein paar Freundschafts-Dinger. Gucken wir uns da erstmal durch. Okay, Samus scheint sich mit irgendjemand gestritten zu haben. Captain Jack Sparrow auch und Charlie Sheen auch. Hätte ich ja nicht anders erwartet. Okay, Raphael möchte ein Spiel spielen und Nelly Furtado scheint irgendwas anderes zu haben. Die scheint anscheinend krank zu sein. Aha, du bist am Ende. Warum? Weil du einen Krebs am... Ah ja, du hast eine Krabbe am Arm. Sehr interessant. Ja, ja, ja. Das ist erstmal eine Krabbe am Arm. So, das kann man ja, glaube ich, sehen, wenn man den Bauch antippt, ob da Magenschmerzen ist oder die Stirn... Ah, das sind aber Magen. Okay. Dann kriegt sie ein Magenmittel. Von dieser Sorte habe ich sowieso genug. Ja, okay. Und der Nelly geht schon wieder besser. Es geht mir schon viel besser. Das ist doch schön. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Okay. Und was kriege ich von dir? Ein Mobile. Interessant. Ja, gut. Ich denke mal nicht, dass wir uns jetzt noch mit den Streithänen befassen sollen. Oh, die geht ja richtig ab. Also der möchte jetzt nicht mehr im Dunkeln begegnen, Samus. Gut, dann gucken wir uns mal an. Hier erstmal so, was es hier so gibt. Ein bisschen Geld einsacken. Ja, sacken wir erstmal ein bisschen Geld ein hier. Und da haben wir dann fast 5000 Euro in unserer Geldbörse. Das ist auch nicht so wenig. Und gucken wir uns mal an, was es hier so zu kaufen gibt. Kirschen. Hm. Da können wir uns ja ein paar von kaufen. Frisches Obst. Kirschen. Yum, yum, yum. Es gibt eine neue Einrichtung. Okay, dann gucke ich mal eben die Einrichtung an. Maske. Hat irgendwie was. Herr Versailles. Das hat ja Peach. Ja, ich würde sagen, die nehmen wir einfach mit. Vielleicht können wir die ja irgendjemanden geben, dieses Masken-Ding. Ich möchte auch heute jemandem ein neues einziehen lassen. Das kann ich euch schon sagen. Und was haben wir hier? Sternenhaarclip, Schleifenhaarreif, Dreieckshaarclip. Okay. Ja, nichts Besonderes. Und in der Boutique. Hemdkleid. Outdoor-Outfit. Regenmantel. Aha. Interessant. Ringelshirt. Aha. Naja. Gefällt mir jetzt nur, so geht's so. Und hier haben wir Stola-Leggings-Kombi. Hat eigentlich was. Könnte ich eigentlich auch jemanden geben, aber nee, komm, lass ich mal sein. Okay. Ja, da haben wir noch ein Ereignis aus der Tomodachi-Quest. Naja, gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Mi-Nachrichten an. Mit der Mervensäge, Max. Heute feiert Maxwell Geburtstag. Er wird stolze 18 Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Shakedown Hotel. Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön Hurra Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt Oh, heute? Natürlich hab ich dran gedacht Heute ist wohl der große Tag von Maxwell Danke fürs Zuschauen Ich bin Max Normal und das waren die Mi-Nachrichten um 9 Uhr Ah, ja, okay, ähm, auch interessant Ja, aber wie gesagt, der braucht doch eigentlich keine Feier zu haben Oder zumindest nicht so viel Der kann, ähm, äh, der kann doch, ähm, der hat doch so einen magischen Notizblock Da kann er sich doch alles schenken, da braucht er doch keine Geschenke mehr Naja, gut So, wir können uns ja auch mal ein paar Träume ansehen Genau, man kann sich ja auch die Träume seiner einzelnen Miis ansehen Dann schauen wir uns mal an, was Sonic träumt Der schnellste Igel der Welt Ah, ja, er träumt davon An einer Kordel zu hängen und irgendwas aufzuziehen Und das wäre was? Eine Muschel Ah, ja Sehr interessant Ja, und da kriegt man natürlich auch noch, da kriegt man auch immer was Wenn man die Träume sich anschaut Nur ein Traum Ähm, auch wenn es jetzt mal nur ein Stück Faden ist, aber Oder zumindest eine Kordel von einem Faden Stoffgarne-Rolle, genau Naja Sonst noch irgendwer, der träumt? Nelly Fortalo, der wir gerade erst noch geholfen haben, ihre Krankheit zu überwinden Oh, Solarenergie Ja gut, das kann ich euch jetzt leider schwierig zeigen Ich versuch's aber mal ein bisschen Weil das muss man jetzt sein 3DS gegen das Licht halten Ja, und leider, da mein Kabel zu kurz ist Ja, wenn ich das aufnehme, kann ich euch leider schwer zeigen Und deshalb habt ihr jetzt auch gerade ein Störgeräusch gehört Deshalb lass ich's mal lieber Aber, wie gesagt, wenn man den 3DS ins Licht hält Dann, ähm, ähm Hebt der wie schneller seine Hand denn Aber das nur so jetzt, ähm Das nur so jetzt zur Information Wie gesagt, ich kann's euch leider schwer zeigen Weil, wie gesagt, ich ein Mein Kabel, mit dem ich hier aufnehme Hier sehr kurz ist Und, ja, ihr habt ja auch gerade, denke ich mal, das Störgeräusch gehört Solarmodul Cool Das ist aber ein sehr geiles Ding Weil, das gibt einem, das kann man für viel Geld verkaufen Leon träumt nichts Layton auch nicht Ähm, Charlie Jean Debbie Ryan Lucina Und Michael Jackson Und, ja, okay Ja, gut, gucken wir uns nochmal den Traum von Lucina an Ob sie von einer düsteren Zukunft träumt Wer weiß Ich glaub, eher nicht düstere Zukunft Aber das Na nun, was ist denn das? Irgendeine grüne Grütze, würde ich sagen Ja, Schmatz Jetzt geht's mir wieder gut Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, sieben Oh, das ist ja irre, echt, vollkommen irre Ah, ja Okay Ah Dann will ich nicht wissen, was in diesem Spinade, was ist das drinsteckt Dass das nur ein Traum war Aber absolut nicht Aber absolut nicht Äh, gut Dann wurde ich auch noch aufgesprochen Dass, ähm Das muss ich erstmal finden Hier Du kommst mal her Denn du sollst einen Anzug bekommen Und dann würde ich sagen, gebe ich ihn dir auch mal Wenn ich schon mal hier bin Dann irgendwas Lustiges zu essen Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen Eben Bild von Shake Ja, freut mich für dich Ähm So, ähm Wo haben wir es denn? Da sind die Anziehsachen Ich glaube, da ist Anzug, ne? Der Plus, den habe ich nicht Nein, den habe ich noch nicht Ich meine, den muss ich kaufen Na gut Willkommen Na gut, wenn mir genug geht Da kann ich ja ruhig ein bisschen, ähm Vielen Dank Ausgeben So, bitteschön Ich hoffe, du bist zufrieden damit Gar nicht Ich habe es doch irgendwie geahnt Äh, ja gut Dann kann ich auch nichts dran ändern So, ich würde aber sagen Du haust dir mal einen Cheeseburger rein Ja, das scheint ihm schon besser zu gefallen Okay, ähm Ja Sollen wir unsere neuen Bewohner einziehen lassen Lass uns erst noch mal die Streithähne anschauen Ich würde sagen Wir schauen uns Ja, hier wird ein bisschen, ähm 3DS gezockt, würde ich mal sagen Na gut, nein Ich wollte jetzt Ich wollte doch nicht zu Mark Ich wollte doch jetzt mal gucken Was die Streithähne so machen Ja, freut mich für dich So Captain Jack Sparrow Mit wem hast du dich denn gezofft? Vielleicht auch ein neues Piratenoutfit Anders gab es mal Das habe ich ihm gekauft Ich bin so wütend Ich kann mich kaum beherrschen Ganz ruhig Alles bestens Ich habe mich mit Samus gestrichen Oh Ich bin so wütend Oh Ja Das könnte problematisch werden Hilf mir lieber erstmal Mich zu beruhigen Ja, ja, ja Wenn wir schon schaukeln So, haben wir noch Lachsmöllerin Oder wie der Teil da heißt Ja, haben wir noch Okay, dann Haust du das mal rein Damit ich nicht unbedingt So eine Spieluhr verwenden muss Weil mit die kann man da auch Die wieder zur Vernunft bringen Aber da ist es so Ich bin schon viel ruhiger Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können Gerne mal kann ich sie auch das ihm geben So, jetzt bin ich gespannt Schafft er es Samus zu beruhigen Und dass sie sich wieder vertragen Oder Pirat gegen Weltraumheldin Interessante Kombination Wenn ich ehrlich bin Ich wollte mich noch entschuldigen Wegen neulich Glaubst du mit einer So, wäre die Sache vom Tisch Ohne irgendwelches Innehalten Sofort Kein Bock auf Entschuldigung Ha, 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 ha Hei, Samus geht's ab Das muss man Das muss man ihr lassen Es hat nicht geklappt Ja Tja, schade, mein Bester Dann kann ich ihr leider auch nicht helfen So, hier hat sich noch irgendwer gestritten Oder Nicht Ich frag mal nicht, was ihr da macht War das nicht Michael Jackson Oder nee Das war Charlie Sheen Aber ich glaub, der pennt jetzt schon Na, egal Ähm, gut Dann würde ich ja mal sagen Lasst mir den neuen Bewohner einziehen Ja Ähm Gut, und dann werde ich das euch auch mal zeigen Eben, wie das aussieht Wenn man einen, ähm Mit dem QR-Code Ähm, ja Einscannen Deshalb würde ich sagen Sehen wir uns gleich Wenn ich ihn eingescannt hab Okay Julian ist da stehen Möchte dieses Mi Als einen neuen Bewohner registrieren Das möchte ich auch Denn Das ist ein Mi von Natürlich dem Meinen Freund Dem Julian Oder auch The Legend of Julian Sollt ihr unbedingt mal reinschauen Ich bin Julian TLO Alle nennen mich nur Julian Okay Ja, ich denk mal Das ist schon so passend eingestellt Das ist ja ein Tomodachi Im QR-Code gewesen Und deshalb Lassen wir ihn so Okay Interessant Ich weiß gar nicht Hatte ich diesen Hatte ich diesen Charakterzug schon mal Ich weiß das gar nicht Naja, wenn Umso besser Gut Dann hätten wir das Und dann gucken wir mal weiter Was Ähm Ja, wie er sich so einleben wird Und ob ich mir vielleicht Irgendeine Gemeinheit ausdenke Nein Mal gucken Mal gucken Was wir so machen werden Oh, halt auch schon Eine geile Bude Wenn ich das so sehe Mein Name ist Julian Ich handle am liebsten Selbstbestimmt Okay So, äh Mit wie können wir dich denn Am besten begrüßen Ich denk mal Genau Wir haben doch bestimmt Irgendwas wie Ähm Ach genau Ein Döner Nimm mal ein Döner Ja Das überrascht mich ja Ach egal Ähm Gut Soll ich dir noch Irgendwas anderes geben So Haben wir hier irgendwas Was vielleicht ein bisschen Doof aussieht Ähm Hm Gute Frage Wo ich ja sonst irgendwie war Äh Ne Ähm Naja Ne Äh Na gut Ich lass es mal lieber Ja Ähm Wir könnten einiges machen Wenn ich ehrlich bin Ähm Aber so richtig einiges Könnten wir machen Ähm Joa Wir könnten echt ein bisschen Gemeins sein Wenn ich das so sehe Oha 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 Aber ich glaube mal Ne Komm Ich lass es mal lieber Haben wir vielleicht nicht Doch noch irgendwas Was Hm Ne Wirklich eigentlich nicht Na gut Dann lass ich das erstmal Was du da hast In Anzug Vielleicht gebe ich dir mal Irgendwas anderes noch Mal sehen So Piet Die hat irgendwas Eine Freundschaftsanfrage Oder sowas In der A Ist Dann gucken wir einfach mal Was sie so will Nach ihr Nach ihr Strecken hier einige Die Fühler aus Und ich bin mal gespannt Wer sie Angeln wird Ich weiß wirklich Absolut gar nichts Über Ketten Schecks Paro Okay Was hältst du von ihm Und mir Achso Das Ja gut Ich glaube das hat jetzt Nicht so was besonderes Aber ich sag einfach mal Nichts besonderes Oh Verstehe Ich glaube das Das bringt sowieso Gar nichts Was man hier sagt Also es ist ein sehr Niedriges Ja wie soll ich sagen Niedriges Teil Linksbums Ach was weiß ich So ähm Gucken wir uns mal an Mit was Emmett uns Begeistern will Mit irgendeinem Spiel Anschein Der Held aus dem Lego Film Quiz der Gemeinsamkeit Achso das hatten wir Schon im letzten Part Na gut Gucken wir uns das jetzt Auch nochmal an Aber was ich mir echt denke Ich muss auch mal ein paar Ähm Das kann sein Ich sag einfach mal ja Dass ich ein paar Frauen Noch einziehe Ich glaube die Ähm Das Verhältnis Ist 30 zu 12 Und das ist ein bisschen Naja Ich sag mal ein bisschen Unvorzeithaft Äh Glaube ich nicht Das richtet sich nach dem Level Und ich glaube da ist Layton ein bisschen mehr Ach ne Megan Fox Max ist ein bisschen mehr Okay Überrascht mich schon Ich glaube ich habe Ähm Layton Diebschons und Max Sind im gleichen Jahr geboren Nein Definitiv nicht Definitiv nicht Ich weiß ja nicht Was ich für ein Datum eingestellt Aber ne Kommt Definitiv nicht Definitiv nicht Glückwunsch Okay Dann Gibt es eine Belohnung Und das ist Ein Flechkorb Toll Das ganz Das niedrigste Wär jetzt richtig geil Gewesen Damit kann man Ein Geschenk machen Für Liebende Wo bist du denn jetzt hin Aha Bei LP Markus Bist du Nein Das wollte ich doch nicht Ich wollte doch vorbeischauen Und nicht ihn rufen Ja Freut mich für dich Ich möchte aber wieder gehen Ja Aber ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge machen Wenn ihr noch irgendjemanden habt Der unbedingt hier Reinschauen soll Oh Ne ganze Mäuse hier Die Wii U spielen Ich weiß aber nicht Was das für ein Spiel ist Das hört sich so ein bisschen an Wie Könnte sein Das von Nintendo Land Das Samus Spiel Ich weiß aber nicht mehr den Namen Können uns noch Tunlings Traum ansehen Aber das möchte ich nicht Das möchte ich nicht Ähm Ja Gute Frage Was machen wir denn jetzt Hier eigentlich noch Das ist eine Gute Frage Ja Ähm Hm Ja gucken wir einfach nochmal Was Mark für ein Spiel Mit uns spielen will Moment Soll ich ihm vielleicht die Masken Genau Ich gebe ihm noch Das Masken Ähm Dings Bums Oh Bin ich gut oder bin ich gut Ja hier kommt es darauf an Immer die richtige Karte zu ziehen Also halt Die beiden Könige zusammen zu bringen Und nicht die zwei Ja Und da hatte ich mal richtig Glück gehabt Geil Glückwunsch Und jetzt mal bitte was besseres Eine Kastenbomb Ja toll Naja Egal So Du kriegst Ähm Oder die Bretterbude Ja Ähm Auch eine coole Art zu leben Wenn ich ehrlich bin Ähm Aber wir haben doch hier bestimmt noch was Fahrrad Ähm Gleiche Gefängniszelle Ähm So Leere Mädchen Bilderwesten Unkonventionell Umkleide Ich stecke den in Umkleide rein Hahaha Ne da müsste ich ja eigentlich vielleicht sogar jemand anders reinstecken glaube ich Steampunk Regen Äh Gibt schon so einige komische Dinge Aber ich gebe ihm die mit den Masken genau Meeresboden Monochrom Musikliebhaber Ja komm Ne Maske Ist nichts besonderes Nichts spezielles würde ich sagen Danke für die neue Einrichtung Naja wobei Wenn ich ehrlich bin Ich würde vielleicht ein bisschen nervös werden Mit diesen ganzen Ähm Mit diesen ganzen Ähm Gesichtern die einen angucken Aber Eine neue Einrichtung zu bekommen ist zu Aufregen Ja Egal Ich würde nervös Ich werde fletig damit umgehen Und das sagen sie jedes Mal Das fletig umgehen Das ist so Oh man So wir können dir irgendwas geben Ich würde mal sagen Vielleicht Lass ich den nächsten Part mal vielleicht wieder singen Oder so Wer weiß Ich glaube ich gebe dir auch mal ein Outfit Outfit Ich würde Äh Outfit sag ich jetzt schon Ich gebe dir ein Ein Geschenk hier Ähm Ja komm Kriegst du einen Gassi-Gutschein Ja gut Da kriegt man einfach nur einen Hund dadurch Aber naja Kriegst du halt einen Hund So Sehen wir ihn auch schon direkt Ja Oh Würden jetzt eine sagen Ja Wie schön Wie süß Na egal Gut Ähm Und ich sag mit Miyamoto Äh 3DS Oh man Okay Haben wir hier noch was besonderes Ja 30 zu 13 Das Verhältnis Okay Hab doch ein bisschen mich vertan Aber trotzdem Das ist so krass Ja ne Anscheinend hatte ich das so Den Freigeist schon Ich brauche nämlich noch Die 3 hier Die mir noch fehlen Da hier unten In den verschiedenen Kategorien Die Brei noch Ich weiß aber nicht Was ich da einstellen muss Naja Will dem auch sein Man könnte ja auch noch das Zimmer wechseln Und ich glaube mal Habe ich jetzt das Naja okay Ich würde mal sagen Du kommst ein bisschen nach unten Hier Mit wem wirst du denn mal tauschen Hm Mit wem könntest du tauschen Genau mit dem hier So Ähm Und sonst Ähm Ja gut Kommt er mit da hin Ähm Ja und ansonsten denke ich mal Passt das so Wir werden auch bald denke ich mal Noch sehen können Wie das Gebäude sich ausbauen wird Schätze ich mal Und ich werde vielleicht auch gucken Dass ich das jetzt immer Häufiger So ein bisschen aufnehmen werde Also dass ich vielleicht da Mal ein bisschen mehr mache Das denke ich mal Ist auch in eurem Interesse Schätze ich mal So Gut Ähm ja Was sollen wir noch tun Ja Gute Frage Eigentlich denke ich mal Sind wir durch Oder sollen wir noch eine Runde Ne Gucken wir noch so an Wer da auf dem Aussichtsturm ist Äh Aha Der Mike Und der Startlöcher in den Himmel Das ist ja wirklich der Wahnsinn Äh gut Sonst gibt es hier nichts mehr zu tun Oh ich kann aber noch die Ranglisten angucken Genau Wer führt denn das Ranking so an Fitnessgrad Ach Auch der Mike Den wir gerade am Turm hatten Okay Interessant Wo bin ich denn eigentlich Im Fitnessrang Okay 28 Ja das ist unteres Mittelfeld Das finde ich weniger toll Und unser Grad neu eingezogen Na Den finde ich gerade gar nicht Wo ist denn Äh Julian Der müsste doch auch eigentlich schon dabei sein Ich weiß Diese Werte sind natürlich nicht repräsentativ Aber Äh Entweder ich bin blind gerade Oder ich finde ihn hier nicht Die beiden links gleich auf Ähm Nö Oder der wird noch nicht Äh Werifizierung Also der wird noch nicht Ähm Wer Der wird noch nicht hier Verzeichnen Das kann natürlich auch sein Beliebtheitsrang Ja das schaut doch schon besser aus Da bin ich Rang 2 Na gut Ob ich Batman noch Einholen kann Ich weiß es nicht Natürlich sind die Die Neues Sind natürlich ganz weit unten Die Sollten auch mal ein bisschen Ja mit denen soll ich auch mal was machen Ich gebe es zu Tolle Jungs Die am meisten Ange Ja Geliebt werden Sag ich mal Oh Captain Jack Sparrow Ganz unten Hahaha Vielleicht hat er was zu Samus gesagt Was ihr nicht gefallen hat Wer weiß Aber da bin ich schon besser Da würde ich sagen Bin ich oberes Mittelfeld Und die tollen Mädchen Wow Peach ist aber noch Ein bisschen weit unten Überrascht mich ja Dafür dass ihr so viele An Fragen bekommt Ja gut das ist klar Je neuer Je älter die Die Ja die mies Desto eher kümmert man sich Darum auch so Das bestimmt ja den Affinität Das kann ich euch eigentlich wenig zeigen Und das Meiste Geld Und das ist jetzt schon Überraschend Peach und Jack Sparrow Sind eigentlich in manchen Rankings ganz weit unten Aber hier Ganz weit oben Habe ich am meisten Geld für sie ausgegeben Und für Emily noch gar nichts Okay ja dann Das sollte ich mal ändern Dann kriege ich zumindest Ihnen noch was zu essen Hier für den Part Ende Genau Dann hoffe ich mal Es hat euch gefallen Ich würde mich freuen Wenn ihr mal ein paar Vorschläge macht Wer noch einziehen könnte Am besten noch weiblich Das würde mir sehr gefallen Und ich komme wirklich Mit jedem gleich klar Das ist schön Und wenn ich auch ehrlich bin Im August habe ich nur Freizeitspaß und Spiel im Kopf Das ist schön Ähm Ist sie eine Tochter von Mr. Bean und Ähm Ja Mr. Bean und Ähm Ja Das ist mal ein Schnitzel Mr. Bean und Ähm Jenny Ja Äh Die haben jetzt schon drei Kinder Das ist so krass Finde ich Bitte sehr Ein kleines Dankeschön Naja Wie dem auch sei Ein Reisegutschein Oh Das könnten wir dann Ich mal auch im nächsten Part Dann den Reisegutschein verwenden Mal sehen Auf jeden Fall wünsche ich euch Dann noch einen schönen Tag Und dann sehen wir uns Wie soll ich Ja will ich schon wieder spielen Alter Ne jetzt ist aber auch mal gut hier Gut Dann wünsche ich euch noch Einen schönen Tag Und bis zum nächsten Part Und wie gesagt Fleißig Vorschläge In die Kommentare schreiben Gut Bis dann und tschüss Euer Jake Euer Jake Ich 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 Ja